hey leute heute schauen wir uns zusammen banners of ruin an die beta haben wir vom entwickler kostenlosen krieg zum testen und wir starten mal ins spiel mit tutorial? ja, aber auch nicht. geht wohl um irgendwas mit karten und runden strategie von da ich habe es mir nicht ganz genau anguckt aber sah nicht ganz so übel aus also kam es auf unsere liste zum testen falls ihr mal bei uns im discord vorbeischauen könnt würden wir uns sehr freuen wir machen wöchentlich zwei gewinnspiele wo man daran teilnehmen kann da hauen wir mal ein paar games raus muss ich das ladebildchen machen? nein ist schon bla bla muss ich mal lesen so druck mir mit informationen diese leiste zeigt an von meinem deck verstanden ich habe so ein komisches fretchen am start hat nicht ganz voller hp ok hauptattribut hat ein beil also eine axt oder zwei das noch frei da könnte man noch was wählen verstehe zwei händige waffen gibt es auch blickt beide plätze ist einleuchtend tutorial nicht ganz so knaller aber was solls jeder pfad ok kartenkampagne so die karten links und rechts verfügen über zähler sobald du eine ausgewählt hast gehen die zähler auf den verbleibenden karten nach unten wenn sie auf null sinken werden sie aus der straße entfernt ok mein charakter ist schwer verwundert dann gibt es feilgebräuse alles klar ja ich muss begleiter finden ok tunnelmauer 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 der gefangene ja wappnen wir uns für den kampf ok unser tut hat 24 wir haben 8 das kriegen wir wohl hin ich will aber ja alles klar ausdauer links 2 links kraft rechts 1 wiederum wird er voll aufgefilmt ok die karten kosten dementsprechend also sind karten spiele mit unten basierter ansicht ist gar nicht so übel schauen wir uns mal die animationen an oder ob es einfach mal ein bisschen ansehlich so bleibt nicht so übel wie Das war der Gegner 1, die kostet mich nichts. Für den Gegner wird die niedrigsten Artikel raus. Hände werden. Werfen eine Karte ab, für die 3. 3 plus. Sieg. Wir kriegen 159 Floren. Und eine Karte. Einen Bekleider gefunden, ein alter Freund. Der nächste sind 3 Gegner. Einer steht im Hintergrund. Einer verschiedene Reihen. Die Reihenreihe ist im Gleichen. Und markiert geht zuerst. Mehrere Charaktere. Interaktiver. Dann müssen wir den Weg sein. Jetzt muss ich den Weg sein. Wut, was ich nicht? Wut, was ich nicht? Wut, was ich... Wut, was ich nicht? Wut, was ich nicht? Wut, was ich nicht? So, das ist der Wettbewerb. ja ich würde sagen wir haben alles von dem spiel gesehen zeigen möchte es ist simpel gemacht aber nicht schlecht für alle die auf einen mix aus karte und runden strategische ideen für die ist das bestimmt sehenswert ich meine grafisch ist ganz nett nett gezeichnet das kann man zocken ich werde jetzt noch mal in steam gucken was der ganze spaß kostet oder kosten soll falls schon ein preis vorhanden ist nein noch nicht er kommt am 30 juli raus heute ist der 24 da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden aber ich denke für kleines geld weiß nicht ein fünfer kann man das bestimmt mal nebenbei immer mal wieder zocken schlecht ist es nicht wir können es empfehlen für alle die auf so einer genre stehen ja das war's von uns danke fürs zuschauen und bis bald